hallo und herzlich willkommen ich begrüße sie ganz ganz herzlich zu unserer großen auftakt veranstaltung zu stark werden die neue präventionsstrategie für kinder von drei bis sieben jahren des landkreises karlsruhe mein name ist susanne schulz und ich darf sie heute durchs programm führen ja hinter uns liegen viele viele monate intensiver arbeit wir haben viel energie viel herzblut und viel schweiß in dieses programm gesteckt und für sie tolle inhalte und tolle angebote zu erarbeiten und darum freut es uns über die maßen dass das interesse so groß ist und so viele zugeschaltet haben herzlichen dank dafür schon mal und dafür bieten wir ihnen auch heute bei der auftakt veranstaltung ein ganz tolles programm unter anderem werden die regionalen präventions beauftragten ihnen einblicke in die angebote von stark werden geben wir haben tolle kooperationspartner da die ihre angebote vorstellen werden und abschließend unsere highlight unser highlight die podiums diskussion zur chancengleichheit für alle kinder mit expertinnen und experten zunächst starten wir nicht ganz klassisch mit einem grußwort sondern außergewöhnlich mit einem gruß talk und dazu darf ich unsere gäste vorstellen wir haben herrn knut bühler sie sind der erste landesbeamte im landkreis karlsruhe und leiter des dezernats recht und ordnung dem das gesundheitsamt zugeordnet ist herzlich willkommen schön dass sie da sind herzlich willkommen auch von meiner seite schön dann haben wir noch frau margit freund sie ist leiterin des dezernats mensch und gesellschaft zu dem das jugendamt gehört und dessen leitung frau freund vor ihrer tätigkeit als sozialdezernentin inne hatte schön dass sie da sind freund vielen dank herr bühler ich richte meine erste frage an sie weshalb hat sich der landkreis dazu entschlossen die bestehende präventionsstrategie auszubauen warum haben sich dazu entschlossen stark werden zu entwickeln das waren sicherlich mehrere gründe aber ich denke der hauptimpuls kam aus der praktischen arbeit in unserem haus wenn ich mal hier gerade die arbeit im gesundheitsamt aufgreifen darf wir kommen natürlich über die einschulungsuntersuchungen in alle kindertageseinrichtungen im land und auch im stadtkreis und wir sehen sehr sehr viele kinder im rahmen dieser einschulungsuntersuchungen und die erfahrungen jetzt über jahre hinweg waren schon dass es einen sehr hohen anteil an kindern mit sprach und verhaltensauffälligkeiten gibt das sind bewegte sich so im bereich und bewegt sich im bereich von 20 bis über 30 prozent wo man einfach mal näher hinschauen muss und wir stellen jetzt gerade auch wieder in jüngster zeit einen sehr sehr starken beratungsbedarf auf der elternseite fest also bei den kindern mit denen wir da in kontakt kommen kommen über 80 prozent der eltern auf uns zu und wünschen ein gespräch aus den verschiedensten gründen aber jedenfalls stellen wir fest es gibt dort einen sehr hohen bedarf okay vielen dank frau freund können sie uns kurz sagen wodurch zeichnet sich denn eine gut funktionierende präventionsstrategie aus ja eine gut funktionierende präventionsstrategie zeichnet sich dadurch aus dass die verschiedenen präventionsbausteine und der bühle hat ja schon das thema frühe hilfen benannt dass die eng miteinander verzahnt sind und dicht ineinander reingreifen ich vergleiche mal mit einem puzzel ich brauche wenn ich ein puzzel gut hinbekommen will dann müssen die puzzelteile gut zusammenpassen um ein gesamtbild zu kriegen und vor allem und schon funktioniert es auch mit dem puzzel nicht müssen die teile ineinander reingreifen und so würde ich auch der vergleich zur präventionsstrategie das heißt was in einer präventionsstrategie ganz wichtig ist dass auch der übergang der verschiedenen altersgruppen im sinne der prävention gut funktioniert deshalb haben wir unseren präventionsbaustein stark werden für die altersgruppe der drei bis siebenjährigen festgelegt um auch den ganz wichtigen übergang in den schulischen bereich auch sicherzustellen und mit präventiven angeboten zu unterstützen da haben sie ein schönes bild gezeichnet mit dem puzzel das ist sehr passend ja wie haben sie denn überhaupt festgestellt was gebraucht wird ja also wir haben sagen mal ich komme ja aus der jugendhilfe sie haben es ja vorhin gesagt von daher freue ich mich heute oder darf ich mich heute doppelt freuen hier zu sein weil wir weil mir in meiner jugendamtsleiterzeit oder auch das thema prävention unheimlich wichtig war weil es eine wichtige investition in die zukunft ist und von daher ja es wir haben in der jugendhilfe über viele jahre auch die erfahrungen gemacht es deckt sich ja auch mit den erfahrungen des gesundheitsamtes dass wir gerade in den kindertageseinrichtungen das heißt gerade auch in der altersgruppe der drei bis sechsjährigen zunehmend bedarfe von den einrichtungen gemeldet kriegen die integrationshilfe gerade im kindergarten sowohl in der jugendhilfe auch in der eingliederungshilfe haben in den letzten jahren kontinuierlich zugenommen von daher war uns klar dass man diese altersgruppe verstärkt in den fokus nehmen müssen das waren so die erfahrungen die wo wir auch viele daten und werte rausziehen konnten und dann haben wir zur ergänzung um unsere datenlage zu verbessern und auch noch mal wissenschaftliche grundlage zu finden die evangelische hochschule in freiburg auch beauftragte bestands und bedarfsanalyse durchzuführen und die daten und einschätzungen sind dann letztendlich auch in die entwicklung des präventionsbausteins stark werden eingeflossen und wer hat sich alles an dieser analyse beteiligt also beteiligt haben sich insbesondere mitarbeiterinnen und mitarbeiter beziehungsweise fachkräfte aus den kindertageseinrichtungen den kommunen und auch viele elternvertreterinnen das war uns ganz wichtig die basis auch zu beteiligen beziehungsweise auch die betroffenen zu beteiligen um auch ein ehrliches feedback beziehungsweise auch eine realistische grundlage zu bekommen und ich möchte einfach auch die möglichkeit nutzen mich an dieser stelle bei den vielen die sich an dieser befragung beteiligt haben auch ganz recht herzlich zu bedanken weil es für uns ganz wichtig war und eben dann auch die ergebnisse gut in den präventionsbaustein beziehungsweise die entwicklung einfließen konnten was für uns noch hilfreich war und da möchte ich ein weiterer dank aussprechen an unsere politischen gremien die uns auch befeuert haben in dem was wir getan haben die uns auch das personal zur verfügung gestellt haben so dass wir heute so aufgestellt sind dass wir mit dem präventionsbaustein glaube ich gut durchstarten können schön dass sie das noch mal hervorgehoben haben vielen dank herr bühler können sie uns einen ausblick geben wie kann so eine präventionsstrategie gelingen also man muss jetzt sehen wir schließen an an die frühen hilfen die frühen hilfen natürlich aufgrund der altersgruppe 0 bis 3 jährige hat im fokus zunächst mal eine unterstützung für familien jetzt verschiebt sich dieser fokus genauso wie die lebenswelt der kinder sich verschiebt wir schauen jetzt verstärkt auf die einrichtungen und frau freund hat er schon die bestands und bedarfsanalyse angesprochen da ist es ganz wichtig auch auf den bestand zu schauen wir haben natürlich schon viele strukturen bei uns im landkreis die wir jetzt zur unterstützung etwa der einrichtungen und der mitarbeiterinnen und mitarbeiter dort einsetzen können ein wesentlicher teil dessen was wir jetzt vorhaben ist natürlich das alles richtig zu vernetzen und an die richtige stelle zu bringen dafür natürlich nicht alles selbst zu machen als landkreis sondern viele kooperationspartner mit an bord zu haben das haben wir deshalb sind wir da auch sehr zuversichtlich das beginnend mit dem dank jetzt auch wir wirklich durchstatten können in dem bereich dass wir uns da wirklich gut aufgestellt haben um angebote zu machen die die einrichtungen weiterbringen die mitarbeiter unterstützen und dann am ende natürlich alles den kindern zugutekommt die eigentliche fokusgruppe also sie sind perfekt aufgestellt wunderbar möchten sie vielleicht abschließend noch ein paar worte an unsere zuschauer und zuschauerinnen sprechen oder vielleicht auch an das team von stark werden also das team von stark werden so wie ich es bisher erlebe braucht wie soll ich sagen kein besonderen incentive eine aufforderung die sind unterwegs und freuen sich dass es jetzt heute mit dem tag losgeht und an all die draußen an den bildschirmen an all die interessierten den die kann ich nur auffordern und sie bitten warten sie nicht bis wir mit den angeboten zu ihnen kommen das werden wir schon auch tun ja sondern kommen sie auch auf uns zu zeigen sie uns auch dass sie den unterstützungsbedarf haben und wir ihnen da auch wirklich weiterhelfen können wir sind jedenfalls überzeugt dass wir jetzt rahmenbedingungen geschaffen haben bei denen wir in den nächsten jahren hier wirklich was gutes entwickeln können funktioniert aber nur wenn alle hier miteinander unterwegs sind und deshalb auch gerne die aufforderung an alle kommen sie auf uns zu wunderbar vielen dank ich danke ihnen beiden sehr für diesen gruß talk mal kein gruß worte sondern ein gruß talk super vielen dank dass sie da waren gerne danke ja und als nächstes haben wir einen kleinen film für sie vorbereitet wir haben uns nämlich gefragt wie können wir am besten vermitteln welche version wir mit stark werden verfolgen was wollen wir damit erreichen was haben wir da alles eingebracht und das team von stark werden hat sich überlegt einen super tollen film für sie vorzubereiten und ich sage jetzt mal film ab wäre es nicht schön wenn wenn alle kinder die gleichen chancen hätten wenn jedes kind an der gesellschaft teilhaben könnte wenn jedes kind so gesund wie möglich aufwachsen könnte und wäre es nicht schön wenn es wäre doch schön wenn jedes kind seine innere stärke und seine potenziale entfalten könnte und wenn wir jedem kind den mut und die gelassenheit mitgeben könnten um selbstbestimmt und optimistisch seinen weg zu gehen gemeinsam mit einem starken netzwerk setzen wir uns dafür ein rücken bauen für ein gesundes aufwachsen stark werden ja jetzt schauen wir uns mal stark werden genauer an dazu habe ich hier auf dem podium die zentralen präventionsbeauftragten claire wiebelt maike ritter und herr martin siegel ostmann herr martin siegel ostmann ist sachgebietsleiter gesundheitsförderung und sozialmedizin sie sind die krankheitsvertretung von kayati nathan sie ist die präventionsbeauftragte gesundheit seitens des gesundheitsamts schön dass sie so spontan vertreten vertreten konnten herr siegel ostmann ja dann frage ich erst mal ganz banal frau wiebel was ist denn eigentlich die aufgabe einer zentralen präventionsbeauftragten unsere aufgabe also meine aufgabe ist dass die gesamtsteuerung die planung die koordination von stark werden uns ist es wichtig gemeinsam mit unserem team immer wieder drauf zu schauen sind die inhalte von stark werden stimmig braucht es da änderungen muss an welcher stellschraube muss muss hantiert werden und auch angebote neu auf den weg zu bringen um zu schauen wo ist der bedarf uns von stark werden ist es sehr wichtig dass wir angebote neu generieren nach dem bedarf was braucht der langkreis karlsruhe genau ein weiterer teil ist die öffentlichkeitsarbeit und auch die leitung unseres teams stark werden unser team stark werden besteht aus den vier regionalen präventionsbeauftragten die stellen sich im anschluss auch gleich vor genau und das besondere an unserem team ist wir arbeiten amtsübergreifend bestehend aus dem gesundheitsamt und jugendamt wie ja schon erwähnt wurde und das ist für uns einfach super dass es für uns gegenseitig können wir uns ergänzen es öffnet weiter den blick auf unser handeln und genau und auch dazu wie sie ja gerade erwähnt hatten gehört die frau nathan die jetzt leider heute nicht da ist aber durch den herr siegel ostmann vertreten wird und die frau nathan ja unter anderem dafür zuständig ist für das gesamtnetzwerk der frühen hilfen und mit beginn von stark werden soll doch das gesamtnetzwerk der frühen hilfen auf der auf die altersgruppe 0 bis 7 ausgeweitet werden ok vielen dank frau ritter dann verraten sie uns doch jetzt mal wo setzt stark werden denn an ja gerne wie frau freund und herr bühler das auch schon erwähnt hatten gab es die bestands und bedarfsanalyse in den jahren 2019 und 20 auch von unserer seite dann noch mal herzlichen dank an alle die sich beteiligt haben an der analyse das war für uns einfach ein wichtiger anhaltspunkt wo wir ansetzen können mit stark werden das bietet uns eine gute grundlage um zu schauen wo wo zwickt denn vielleicht noch was so fehlt noch was wo müsste man was anpassen aber es hat auch gezeigt dass wir in vielen bereichen schon gut ausgebaut sind dass vieles schon vorhanden ist im landkreis es wird also darum gehen die strukturen auszubauen zu gucken dass angebote überall gut verfügbar sind auch im ländlichen raum auch in den landkreis grenzen auch die angebote transparent zu kriegen also dass jeder recht schnell sehen kann diese angebote gibt es der ist mein ansprechpartner wie wie komme ich daran dass man einfach die wege kurz hält und so dafür sorgt dass viele menschen diese angebote diese gute angebote in anspruch nehmen können und eben auch wie frau wiebel schon gesagt hatte dann immer wieder zu kukupassen die angebote wie wir sie haben noch sind die so für die bedarfe ausreichend oder müssen wir da was anpassen braucht was neues braucht was anderes muss man vielleicht mehr in die online richtung manche sache denken muss man andere wege finden die leute anzusprechen so dass sie von den angeboten erfahren genau das wird zu unser ding sein und das wurde auch schon erwähnt anders als die frühen hilfen haben wir jetzt erst mal nicht den ansatz direkt an der familie das heißt wir haben keine einzelfall angebote wie die frühen hilfen sondern wir setzen an den kindertageseinrichtungen an an den pädagogischen fachkräften da viele kinder der großteil der kinder von drei bis sechs jahren besucht eine kindertageseinrichtung so dass wir hier sehr viele kinder einfach erreichen können über diesen ansatz und es auch ohne eine selektion im vorfeld als wir erreichen alle kinder in dieser altersgruppe und das war uns ganz wichtig ich greife mal ganz kurz ein stichwort auf das thema angebote bündeln um meinen ersten hinweis zu geben bitte schauen sie doch auf die webseite von stark werden da sind nämlich die angebote total übersichtlich und anschaulich gebündelt die url zur webseite finden sie unter dem youtube live stream guter siegel ostmann dann habe ich auch noch eine frage für sie was ist denn das ziel von stark werden ja ich denke das dürfte auch schon mit dem visions video hoffentlich auch transportiert worden sein und ich kann das vielleicht auch so zusammenfassen ich nehme auch noch mal kurz den untertitel und des stark werden programms des projektes in blick wir versuchen mit dem ganzen auch brücken zu bauen von dingen die wir schon haben und die wir jetzt neu entwickeln um den kindern am ende ein gutes gesundes aufwachsen zu ermöglichen und das möchten wir wirklich für den gesamten landkreis auch tun damit alle kinder gesund aufwachsen können und gesund verstehen wir da jetzt nicht im engeren sinne frei von krankheit alleine sondern in dem breiten allgemein sicher bekannten verständnis auch das es hier um eine körperliche eine seelische und soziale gesundheit im sinne eines körperlich seelisch sozialen wohlbefindens letztlich geht und das nicht zum selbstzweck sondern auch natürlich dafür damit kinder sich möglichst gut entwickeln können auch da kann man gesund und gut entwickeln sicher auch identisch setzen und was wir versuchen das ist das ziel dass wir kitas jetzt in dem fall vor allem unterstützen damit sie dort die kinder gesunde und gute umgebungen erhalten gesunde lebenswelten auch vorfinden um sich bestmöglich zu entwickeln das versuchen wir zu unterstützen mit dem gesamten konzept das klingt sehr gut wunderbar vielen dank an sie drei für den ersten großen überblick über stark werden jetzt gehen wir gleich noch ein stück tiefer in dem die regionalen präventions beauftragten zu uns auf die bühne kommen und dafür müssen wir eine ganz kurze pause machen wir sind gleich wieder für sie da ja sie sehen wir haben ja kurz umdisponiert ich habe jetzt auf der bühne die regionalen präventions beauftragten diese damen sind für sie zuständig prägen sie sich die gesichter gut ein ich darf vorstellen frau maria da sono sie ist zuständig für die raumschaften ettlingen und mittlerer landkreis frau anna harlacher sie ist zuständig für die raumschaft bretten dann haben wir noch frau melek sehrt sie ist zuständig für die raumschaft bruchsal und schließlich noch julia steinbach zuständig für die raumschaft grabenneudorf so sie als die vier regionalen präventions beauftragten werden uns jetzt einen tieferen einblick in die programme von stark werden geben und ich richte mich erst mal erst mal an sie frau da sono wie können sie als regionale präventions beauftragte durch den neuen baustein der präventionsstrategie für kindertageseinrichtungen unterstützend wirken feste ansprechpartnerinnen seien für die kind grund uns ist es dabei wichtig dass wir einfach mit viel zeit in die kitas rausfahren und uns mal anschauen und mal richtig hinhören was sind denn die bedarfe in den kit und die themen der anliegen können dabei eigentlich ganz unterschiedlich sein themen wie zusammenarbeit mit eltern die vielleicht holprig läuft oder auch die gesundheitsförderung im allgemeinen in der einrichtung aber auch ja die soziale teilhabe und da merkt man schon die bearbeitung der ein ganz flexibel gestaltet werden und auch in im zeitlichen umfang unterschiedlich lang dauern und durch diese begleitung und auch das dann bleiben erhoffen wir uns einfach dass wir da früh eingreifen können für probleme auch wieder auflösen können die vielleicht schon gleich am anfang entstanden sind und aber auch über einen längeren zeitraum begleiten so dass die nachhaltigkeit auch längerfristig gewährleistet ist zum anderen geht es aber auch darum die angebote die es im landkreis schon gibt noch mal transparent zu machen noch mal hinzugucken wir haben ganz viel es kommen auch neue angebote dazu aber auch kitas noch mal darauf hinzuweisen das gibt es das kann man nutzen die angebote miteinander zu verzahnen und insgesamt zu schauen wie kriegen wir die profession wieder näher zusammen die angebote besser miteinander verknüpft dass einfach die hilfewege verkürzt und vereinfacht werden können dann ist jetzt natürlich gleich meine nächste frage wie kommen denn die einrichtungen überhaupt mit ihnen in kontakt zum einen werden wir ab sofort raus fahren in die kitas vor ort sein uns persönlich vorstellen aber auch telefonisch kontakt erstmal aufnehmen andersrum geht es genauso kitas können sich per mail oder per telefon bei uns melden da ihr anliegen loswerden wir ordnen das erstmal grob ein und gucken dass wir dann schnell den termin anbieten können vor ort fahren können und dann einfach noch mal einzelheiten im direkten gespräch klären können deswegen auch noch mal die herzliche einladung sich auf unserer homepage umzuschauen noch mal zu schauen in welcher raumschaft ist denn eigentlich meine kita und welche präventionsbeauftragte ist für uns zuständig okay vielen dank sie haben jetzt schon einige angebote angeteasert jetzt schauen wir uns die mal noch ein bisschen konkreter an frau steinbach es gibt unter anderem online veranstaltungen organisationsentwicklung und bedarfs orientierte fortbildungen stichwort online formate warum haben sie sich dazu entschieden online formate anzubieten ja in unseren überlegungen einfach auch noch mal verankert dass die oft sehr knappen zeitlichen ressourcen für pädagogische fachkräfte eine wesentliche rolle spielen um auch am fortbildungsangebot in anspruch zu nehmen und dabei entstand auch die idee dahingehend eine entsprechende lücke zu schließen nämlich dann fachveranstaltungen auch im online format anzubieten der vorteil besteht einfach darin dass fachkräfte sich ihren persönlichen fortbildungswünschen noch mal näher äußern können sie können noch mal ein blick drauf werfen was brauche ich denn aktuell an wissen und können sich dann entsprechend über unsere plattform anmelden ein online angebot raussuchen und ja im idealfall natürlich auch dieses fachwissen was vermittelt wurde entsprechend als impuls weiter tragen in die kita oder auch als applikatorin dann auch dienen und was muss jetzt eine pädagogische fachkraft ganz konkret tun damit sie sich zu so einer online veranstaltung oder zu so einem format anmelden kann da kann ich auch noch mal den hinweis auf unsere homepage einfach geben dass es dort immer aktuelle veranstaltungshinweise gibt die handhabung der anmeldung erfolgt ganz einfach man klickt auf die entsprechende veranstaltung meldet sich in der anmeldemaske an mit seinem namen und den kontaktdaten und im weiteren verlauf wird einfach die weitere informationen zu der veranstaltung beziehungsweise auch die zugangsdaten entsprechend versendet okay das klingt wirklich einfach zu handeln ich hoffe es wird gut angenommen ich bin gespannt frau harlacher kommen wir zur organisationsentwicklung beschreiben sie uns doch bitte mal ganz konkret was ist die organisationsentwicklung überhaupt die organisationsentwicklung wie der name eigentlich schon sagt so ziemlich unser umfassendstes angebot das wir haben es ist eine weiterentwicklung zur gesundheitsförderlichen institution die mittels in haus schulungen und einer kontinuierlichen prozessbegleitung durch uns die regionalen präventionsbeauftragten durchgeführt wird es ist eigentlich so dass die pädagogischen fachkräfte dabei als experten ihrer eigenen einrichtungen mit eingebunden werden in den prozess als ganz wichtige experten ihrer eigenen einrichtungen und die jeweiligen bedarf und bedürfnisse der kita und welches ziel verfolgen sie dabei die pädagogischen fachkräfte auf den weg hin zur gesundheitsförderlichen einrichtungen zu begleiten und zu unterstützen und hierzu setzen wir ganz besonders an den stärken der kita an und gehen auf die spezifischen bedarfe der kita ein unterstützendes team auch in der konkreten umsetzung ok klingt super wie lang dauert sowas dann jetzt genau es ist sehr umfassend wie schon gesagt also es ist in der regel ein 18 monatiger prozess in dem wir die kita begleiten 18 monate ok und in diesen 18 monate welche module werden da angeboten das kann man da alles machen der organisations entwicklungsprozess umfasst insgesamt sechs weiterbildungs module die vier basis module und das abschluss modul sind dabei verbindlich und wir haben auch vier wahl module wo sich jede kita ein wahl modul je nachdem wo die bedürfnisse und bedarfe liegen aussuchen kann okay vielen dank für die detaillierte darstellung noch mal die info wer sich das ausführlicher noch ausführlicher anschauen möchte bitte auf die website gehen gut frau serth dann habe ich auch noch eine frage an sie und zwar wie unterscheidet sich denn die bedarfsorientierte fortbildung von der organisationsentwicklung ja bei der organisationsentwicklung handelt es sich natürlich um ein langfristig angesetztes programm wie es die frau harlacher gerade auch gesagt hat die bedarfsorientierten fortbildungen hingegen werden als halb beziehungsweise ganztagesformat angeboten sind somit eigentlich zeitlich stark verkürzte und thematisch sind da auch natürlich unterschiede vorhanden okay und jetzt verraten sie uns mal noch was kann man sich denn genau darunter vorstellen unter einer bedarfsorientierten fortbildung ja also wenn die pädagogischen fachkräfte hier im landkreis fortbildungsbedarf eben zu bestimmten gesundheitsthemen feststellen können diese sich eben an uns an die regionalen präventionsbeauftragten vor ort wenden wir erfassen dann gemeinsam auch mit dem kita team zusammen den spezifischen bedarf und bieten den kitas damit eben ein abgestimmtes fortbildungsprogramm an das themenspektrum liegt dabei natürlich bei der gesundheitsförderung und prävention ja so kann eben das kita team gesundheitsthemen in der bildungseinrichtung etablieren und bisherige kenntnisse erweitern und auch vertiefen ja aber dazu also ich will jetzt thematisch gar nicht so stark einsteigen wir haben ja eben kooperationspartner heute auch eingeladen die da natürlich auch die themen vorstellen da will ich natürlich nicht alles vorwegnehmen eine wunderbare überleitung vielen dank vielen dank an sie vier schauen sie sich die damen noch mal genau an das sind ihre regionalen präventionsbeauftragten nehmen sie kontakt auf die damen brennen darauf sie beraten zu dürfen und sie unterstützen zu dürfen vielen dank an sie vier und hier haben wir schon die tolle überleitung bekommen denn wir werden jetzt kooperationspartner vorstellen dazu muss ich leider sagen dass frau stalter von echt dabei heute leider nicht dabei ist da sie krank ist aber wir werden als nächstes den herrn christian biekowski auf der bühne haben von der aok er ist themenfeldmanager im bereich gesundheitsförderung in lebenswelten bei der aok mittlerer oberrhein er hat uns einige powerpoint folien mitgebracht die wir hier gleich zeigen und dafür müssen wir noch mal kurz die bühne umräumen von daher noch mal eine ganz kurze pause und wir sind dann gleich wieder da ja hallo christian biekowski hier von der aok ich darf mich ganz kurz vorstellen oder ich wurde schon vorgestellt wir sind wie es vorhin von vorhin aufgreifen darf ein puzzleteil dieses ganzen und da freuen wir uns auch wir sind auch in vielerlei hinsicht auch schon unterwegs gewesen haben zusammenarbeit gehabt sei es eine bewegte apotheke bewegungspass in der kommunalen gesundheitskonferenz und jetzt auch hier und da freuen wir uns auch ganz besonders helfen zu dürfen oder auch unseren teil beizutragen dass es ein erfolgreiches projekt wird ganz kurz möchte ich nur sagen wir haben ja auch einen präventionsauftrag als krankenkasse als gesundheitskasse und haben 550 gesundheitsförderer in ganz baden-württemberg die sich mit dem thema gesundheitsförderung beschäftigen und deswegen ist es uns auch ein riesengroßes anliegen da auch unterstützung leisten zu können und zu dürfen und freuen uns da noch mal vielen dank noch mal dass wir da die möglichkeit haben sie da zu unterstützen und ich möchte auch gar nicht lange darauf eingehen shoppenhauer hat es schon gesagt also gesundheit ist nicht alles aber ohne gesundheit ist alles nichts und das ist auch unser auftrag dem wir nachgehen gerne und auch die unterstützung geben und es ist einfach ein ganz ganz wichtiger punkt für uns als präventions personen oder gesundheitsförderer wir haben den auftrag oder wir haben dass das modul sozusagen der erzieherin gesundheit oder der gesundheit der pädagogischen fachkräfte und wollen dem auch nachgehen und tun das auch schon seit jahrzehnten kann man sagen also ich bin aus dem komme aus dem betrieblichen gesundheitsmanagement wir sind in hunderten von firmen unterwegs gewesen in sehr vielen kitas auch unterwegs gewesen auch mit julienchen kids was ich nachher kurz erwähnen werde und da haben wir natürlich auch unseren strukturellen aufbau indem wir auch gerne unterstützen in die einrichtungen reingehen schauen woran liegt was was können sie denn gebrauchen und einen individuellen ansatz da unsere unterstützungsmöglichkeiten ihnen zu kommen lassen da habe ich auch ein paar beispiele für sie sei es wir machen wir haben die möglichkeit bei ihnen eine analyse zu machen eines gesundheitsberichtes dass wir schauen woran lag es eigentlich warum was ist denn was ist die größte baustelle diagnose bezogen sozusagen wenn wir da die möglichkeit haben dann machen wir das gerne wir haben auch digitale angebote vielleicht ist da was zutreffend machen wir auch ganz gerne sei es ein barcamp oder sei es auch mal digitaler kochkurs oder auch eine vortragsreihe was wir auch gerne anbieten wollen ernährungsthemen sind für uns ganz wichtig sind auch immer nachgefragt und bewegungsthemen und die psychische gesundheit und alles rund um das thema schlaf seit neuestem da sind wir unsere stärken da wollen wir auch unterstützen in ihrer einrichtung und sind da gerne bereit individuell dann noch mal ins gespräch zu gehen bei ihnen vorbeizukommen und zu sagen okay so sieht es aus machen die ist analyse mit ihnen noch für diese gesundheitsbezogenen dinge und führen oder helfen ihnen dann und entwickeln dann natürlich auch einen plan was wir dann anbieten und werden das auch dementsprechend organisieren für sie wenn wir jetzt auf die folie gehen ist es für uns eigentlich auch immer so eine win-win-win und jetzt ist es auch eine win-win-win also fürs projekt für uns wir helfen gerne ihnen und für die einrichtung als aller wichtigstes und natürlich auch für die pädagogischen fachkräfte dementsprechend und aus dem grund wir können den wind nicht ändern aber die segel anders setzen und da wollen wir auch helfen anzusetzen die segel richtig zu setzen zusammen natürlich mit dem team der präventionsberater ganz kurz was wir als wahlmodul haben in diesem projekt sie haben ja die möglichkeit der wahlmodule und da haben wir zum beispiel noch die möglichkeit mit jolinschen kids da unterstützend tätig zu werden das machen wir auch schon jahrzehntelang jetzt jolinschen kids ein ganz tolles programm sind wir in vielen einrichtungen unterwegs und haben da verschiedene bausteine genau da nochmal um der der pädagogischen fachkraft zu helfen natürlich aber auch den kindern und es gibt die module aber die da komme ich gleich ganz kurz drauf elternpartizipation die wichtigsten punkte für die kinder sind bei uns die ernährung bewegung und seelisches wohlbefinden da haben wir ganz viel material auch wo wir sie gerne unterstützen können zu diesen einzelnen punkten bei der elternpartizipation gibt es natürlich auch ganz viel eine flaschenpost newsletter elternaktion wir hatten digitale gesunde brotbox vorträge abends das wurde auch ganz gut angenommen einfach auch die eltern da immer mitzunehmen bei diesen gesundheitsthemen auch und die nur das ist nicht die erziehung gesundheit habe ich ja jetzt schon erwähnt gehabt das ist dann wirklich unser modul wo man dann hauptsächlich reingehen das ist wahlweise buchbar wie auch immer oder wie gesagt und das ist ein bisschen portfolio was an material dann dastehen wird wenn das andere dieses wahlmodul dann interessant werden würde im großen ganzen habe ich das sind meine kontaktdaten aber es würde ja dann über die präventions berater laufen und wir sind gerne bereit wie gesagt kommen sie auf uns zu kommen sie auf die präventions berater zu nehmen sie teil an diesem tollen projekt und scheuen sie sich nicht was für die gesundheit zu tun vielen dank herzlichen dank herr wie kowski vielen dank für die kurze einsicht in ihre angebote ja stark werden hat starke kooperationspartner und ein weiterer davon ist herr jérôme braun mit der starken kinderkiste herzlich willkommen herr braun ja vielen herzlichen dank meine sehr verehrten damen und herrn ich freue mich ihnen heute die starke kinderkiste vorstellen zu können sehr spannend sie sollten aufpassen denn am schluss gibt es auch geschenke ja die starke kinderkiste ist ein projekt was wir von der deutschen kinderschutzstiftung hänsel und gretel vor drei jahren begonnen haben mit dem ziel kita verbündet zu finden die sich zusammenschließen für dieses projekt und gemeinsam frühe prävention in der kita im bereich sexualisierte gewalt umsetzen ja wir haben ein großes ziel wir wollen insgesamt 5000 kitas in deutschland erreichen aktuell sind es weit über 400 kitas die sich inzwischen aus 13 bundesländern angeschlossen haben und es ist noch luft nach oben also sie sind sozusagen auch aufgefordert an dem projekt tatkräftig mitzumachen und dabei zu sein sie haben die wunderbaren präventionsfachkräfte vorhin schon kennengelernt auch die sind für sie zuständig wenn sie fragen haben wenn es intensiver in das projekt reingeht sie wurden alle schon fit gemacht in der anwendung des projektes also sie sind hier rundum versorgt wenn es um die starke kinderkiste geht ja wie funktioniert es um was geht es dabei überhaupt ich habe mir einige utensilien auch heute mitgenommen nicht alles das wäre ein bisschen schwer gewesen zum beispiel haben wir hier die stoppkelle dass kinder sehr klar grenzen setzen können dass sie lernen nein zu sagen wir haben ein eine magnettafel wo kinder mit roten und grünen magneten zeigen können was sie mögen was sie nicht mögen wo es angenehm wo es auch unangenehm ist angefasst zu werden zum beispiel sind kinder vielleicht kitzelig am fuß und machen dann das rote magnet hin und vielleicht mögen sie ganz gerne am kopf gestreichelt werden also kinder lernen ganz früh ihre ja ihre meinung ihre empfindungen zu verbalisieren und vielleicht auch kinder die ein ein bisschen leiser sind durch ein großes megafon auch klar positionen zu beziehen also ein bunter kasten eine rote kiste mit vielen präventionsmaterialien wo sie für die tägliche arbeit sehr gut nutzen können und ganz spielerisch mit den kindern die wichtigsten präventionsprinzipien erarbeiten ja wir machen das projekt gemeinsam mit petze in kiel die das entwickelt haben es ist evaluiert mit einer 95 prozentigen durchgängig positiven bewertungen also sie können hier auf fundiertes und auch evaluiertes material zurückgreifen die kiste haben wir schon gesehen wie wird das projekt umgesetzt zunächst geht es darum dass es eine ganztägige team fortbildung gibt es gibt einen eltern abend den wir natürlich als ganz wichtig erachten um die eltern für diese schwierige thematik auch zu sensibilisieren und ihnen auch die ängste zu nehmen dass die kinder ganz viel freude haben bei dem projekt das ist das entscheidende es gibt natürlich die möglichkeit mit den fachberaterinnen mit den präventionsbeauftragten auch im austausch zu stehen wenn es fragen gibt und natürlich vor allem auch mit den qualifizierten fachberatungsstellen wie wildwasser oder für die stadt karlsruhe wäre es zum beispiel allerlei rau aber für den stadt für den landkreis wären es die psychologischen beratungsstellen aber auch die fachberatungsstelle wildwasser ja der projektzeitraum in dem sie dieses projekt umsetzen soll sie nicht erschrecken umfasst dieses handbuch das natürlich auch mitgeliefert wird ein sechs sechs wöchiges curriculum soll sie tatsächlich wirklich nicht schocken dass sie strecken können dass sie auch punktuell umsetzen können wo sie auch impulse und ja themen aufgreifen kennen die vielleicht aktuell in der kita gerade präsent sind zum beispiel frühe doktorspiel oder ähnliches ist ein sehr guter anknüpfungspunkt um mit der starken kinderkiste am ende auch zu arbeiten ja es ist alles wie schon erwähnt ausgearbeitet in diesem handbuch es gibt nichts was nicht durchdacht ist und auf materialien wo sie nicht zugreifen können das ist sehr umfänglich ja eben die starke kinderkiste dann wird noch zusätzlich geliefert eine materialkiste mit büchern mit fachliteratur für sie als kita fachkraft und es wird zusätzlich auch das minibuch mitgeliefert zu jeder kiste werden 500 dieser kleinen mini bücher mit der begleitgeschichte zu dem projekt mit katze kim die durch das projekt führt mitgeliefert dass jedes kind auch am ende dieses curriculums dieses heftchen mit nach hause nehmen kann und als schöne lektüre zum vorlesen sehr gut geeignet ist kitas bekommen eine urkunde wenn sie mitgemacht haben wenn sie engagiert sind und so weiter ja wichtig von der inhaltlichen seite die kinder lernen spielerisch die fünf wichtigsten präventionsprinzipien kennen anhand eben dieser materialien wir gehen davon aus dass wir im altersbereich vier bis sechs jahre das projekt natürlich ansetzen und sagen auch wir wollen diejenigen die an dem projekt mitmachen das bis zum einstieg in die grundschule am ende auch alle kinder diese sechs oder fünf wichtigen präventionsprinzipien kennengelernt haben das so ein bisschen der anspruch den wir haben wenn wir ihnen auch diese kisten zur verfügung stellen ja die konkrete arbeit sieht dann zum beispiel so aus also sie sehen die kinder malen bilder auf beschäftigen sich mit katzen gesichtern um zum beispiel auch zu zeigen welches gefühl habe ich aktuell bin ich traurig bin ich wütend bin ich vielleicht etwas ja fröhlich all diese dinge lernen kinder gemeinsam mit katze kim ja kommen wir zur organisation und auch zu dem punkt wie sie an dem projekt teilnehmen können wir suchen drei bis fünf kitas die sich zu einem sogenannten kita verbund zusammenschließen und die starke kinderkiste umsetzen es gibt vereinbarungen die sie mit uns der deutschen kinderschutzstiftung hänsel und gretel treffen eine sogenannte selbst verpflichtung wo wir genau das nämlich sagen sie bekommen diese kiste kostenfrei normalerweise kostet das 2250 euro dieses gesamtpaket jetzt lasse ich die katze aus dem sack an der stelle und wir haben im moment jetzt ein kontingent für den landkreis zur verfügung gestellt von zehn starken kinder kisten das heißt ab sofort können sie sich bewerben und an diesem programm teilnehmen und eben auch diese 2250 euro sparen für die kompletten materialien weil wir einfach sponsorpartner dafür gefunden haben und wir als stiftung das zur verfügung stellen trotzdem müssten sie eine selbst verpflichtung ein bewerbungsformular ausfüllen über starke kinderkiste punkt de über die webseite sehr einfach downloadbar aber ich nehme an auch über die präventions fachkräfte die haben diese materialien auch vorliegen können diese auch noch mal abgefragt werden wenn nicht kriegen diese nach der sendung heute sofort zur verfügung gestellt ja die kitas erhalten dann tatsächlich durch eine qualifizierte fachberatungsstelle eine fortbildung da erwarten wir einen kleinen eigenanteil dann doch der zu finanzieren ist aber das klären sie auch wie das im landkreis funktioniert da kommen aber auch gleich noch mal drauf zu sprechen ja sie erhalten auch noch einen warengutschein wenn mal vielleicht das ein oder andere kaputt geht um material nachzubestellen also es ist an alles gedacht ja in der kommunikation das ist uns dann natürlich auch wichtig es ist eben ein projekt was petze kiel entwickelt hat und wo wir in kooperation umsetzen also ein projekt der deutschen kinderschutzstiftung hänsel und gretel eben gemeinsam mit dem petze institut ja viele vorteile ich glaube die würde ich jetzt doppelt und dreifach erzählen die dieses projekt mitbringt ganz sicher ist es für sie wichtig sie haben einen einfachen eine niedrigschwellige einen leichten zugang zu einer doch sehr schwierigen wenn nicht der schwierigsten thematik auch im kita umfeld sexualisierte gewalt in dieser frühen phase in dieser ersten sozialisations instanz außerhalb des elternhauses ist ein sehr sensibles thema und diese materialien helfen ihnen mit freude mit spaß gemeinsam mit den kindern auf entdeckungsreise des körpers und der empfindungen der kinder zu gehen und ja eben die thematik sexualisierte gewalt mit den kindern letztlich verbal überhaupt nicht mehr thematisieren zu müssen sondern sie greifen an den stärken an der resilienz an den guten themen an um die kinder hier einfach ganz mit freude mitzunehmen ja an der stelle dann noch kurz wie es hier konkret für sie in ihren raum umzusetzen ist zum einen wie eben vorgestellt haben sie ab sofort jetzt die möglichkeit sich bei uns über die starke kinder kiste de zu bewerben und die kiste anzufordern dann den direkten draht aufzunehmen mit der fachberatungsstelle wildwasser die für sie dann mit ihnen gemeinsam eine schulung organisiert wo sie in die umsetzung und die thematik intensiv eingeführt werden da besprechen sie auch ob ein elternabend gegebenenfalls unter beteiligung der fachberatungsstelle stattfinden soll oder ob sie als kita fachkraft das alleine machen dann wir sind ja nicht ganz neu mit dem projekt es ist schon vielfach umgesetzt über unser leihmodell das funktioniert weiterhin über die psychologische beratungsstelle haben wir aktuell drei leihkisten im einsatz das heißt wenn sie vielleicht auch erstmal probieren testen wollen und schnuppern wollen und vielleicht auch nicht diesen großen kita verbund zusammen bekommen sondern als einzelne kita vielleicht auch nur dieses projekt umsetzen wollen dann können sie sich an thomas horch von der psychologischen beratungsstelle des landkreises wenden der ist dafür zuständig dann mit ihnen die leih thematik ebenfalls natürlich kostenfrei zu besprechen also beides möglich eigene kiste oder leihmodell jetzt müssen sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen und schauen was für sie am besten passt ich sage an der stelle herzlichen dank für die aufmerksamkeit hoffe dass sie schnell und vor allem die ganzen zehn kisten starken kinderkisten abfordern mitmachen und für die frühe prävention ja das bestmögliche tun vielen herzlichen dank und weiterhin eine gute veranstaltung ja sie haben es gehört herr braun hat ein ganz tolles angebot mitgebracht es gibt zehn starke kinderkisten also bewerben sie sich darum so wir werden jetzt gleich eine zehnminütige pause machen davor noch mal mein hinweis als nächstes kommt ja unsere podiums diskussion zum thema chancengleichheit für alle kinder nutzen sie menti um ihre fragen zu stellen wir sammeln die während der diskussion und lesen diese am ende vor die dann von unseren experten und expertinnen beantwortet werden der link dazu müsste unter dem live stream stehen also zehn minuten pause ich freue mich auf sie bis gleich so ich begrüße sie zurück aus der pause ich hoffe sie sind alle gestärkt zurück an den bildschirmen wie versprochen gibt es jetzt unsere große podiums diskussion mit unseren experten und expertinnen zum thema chancengleichheit für alle kinder ich darf begrüßen frau mir ja kinunen sie sind die abteilungsleiterin planung und prävention im jugendamt sabine pfitzenmaier sie sind die pädagogische fachberatung des trägervereins schneckenhaus bretten dominik henk der sachgebietsleiter schul- und kindertagesstättenuntersuchungen im gesundheitsamt und dann darf ich auch noch begrüßen frau dr julia steiger engel sie ist die studiengangs koordinatorin pädagogik der kindheit an der pädagogischen hochschule karlsruhe herzlich willkommen schön dass sie alle hier sind ja chancengleichheit für alle kinder das klingt erstmal gut doch wie kann dieses ziel erreicht werden wir wünschen uns dass jedes kind unabhängig von seiner herkunft unabhängig von dem sozialen status seiner familie unabhängig von geschlecht unabhängig von kulturellen und ethnischen hintergrund dass jedes kind unabhängig von diesen dingen die besten startbedingungen im leben bekommen sie sollen optimale entwicklungsmöglichkeiten erhalten um ihre potenziale voll entfalten zu können denn gleiche startbedingungen von kindern bedeuten auch gleiche chancen in der zukunft doch wie können wir diese sicherstellen diese frage und weiter wollen wir jetzt im anschluss diskutieren ich richte meine erste frage an sie welche veränderungen sind im bereich der einschulungsuntersuchungen in den letzten jahren zu beobachten sowohl positiv als auch negativ ja wenn wir dann mit dem positiven anfangen möchten wir müssen trotz all der diskussion die wir heute führen einfach auch sagen wir haben großen teil an kindern die eine positive beziehungsweise altersgerechte entwicklung durchmachen und der anteil dieser kinder ist überwiegt immer noch das ist einfach ein positiver aspekt den ich sehe aber was sehen wir noch positives wir sehen dass die akzeptanz und auch die bereitschaft gerade in der elternschaft für die einschulungsuntersuchung für gewisse programme einfach steigt dass das interesse steigt die nachfrage steigt auch die eigeninitiative zum teil steigt was sehen wir noch positives wir sehen eine große oder eine deutlich verbesserte kooperation zwischen den fachkräften nicht nur schule kindergartens oder kita sondern auch schule kita und gesundheitsamt genau da ist unser neues system das sozialraum orientiert arbeitet auch sicherlich ein großer teil der uns ein bisschen mehr mit ins spiel bringt dass die einrichtungen wissen an wen kann ich mich wenden ja was haben wir für negative veränderungen wir haben trotz der hohen angebote in den einrichtungen kita zum beispiel sprach kitas et cetera weiterhin einen sehr hohen anteil an kindern die auffälligkeiten in der entwicklung aufweisen sei es sprachlich sozio emotional das sind die zwei großen themen die wir in der einschulungsuntersuchung im moment sehen ja wie gesagt die sprach kita gibt es da der herr dr bül hat vorhin in dem öffnungstalk gesagt es sind circa ein drittel der kinder trotzdem mit auffälligkeiten in der einschulungsuntersuchung was haben wir noch wenn wir von chancengleichheit sprechen wir haben trotzdem dass das interesse steigt immer noch eine große hemmung in der elternschaft angebote anzunehmen aus verschiedenen gründen angst vor stigmatisierung vielleicht auch vor der bürokratie die hinter gewissen angeboten steht wie zum beispiel eine eingliederungshilfe in einer kita ja das sind so die die sachen die uns über die jahre konstant auffallen trotz positiver veränderungen aus den einrichtungen aus den verschiedenen ämtern ob jugendamt oder gesundheitsamt die zahlen bleiben leider doch hoch das heißt sie bleiben hoch aber sie können jetzt nicht sagen es gab eine steigerung oder also okay sie bleiben gleich hoch okay sie haben gerade gesagt es gibt scheinbar hürden seitens eltern die sich vielleicht nicht trauen angebote wahrzunehmen was meinen sie was was würde denen helfen da ist es natürlich immer so die niederschwelliger ein angebot desto leichter wird dieses angebot angenommen ich mache das beispiel unserer einschulungsuntersuchung jetzt einfach weil ich da am nächsten dran bin wir versuchen jetzt in im landkreis und in der stadt karlsruhe jedes kind in dem zeitraum zwei jahre vor der einschulung zu untersuchen das heißt wir haben mit jedem kind mindestens einmal kontakt das wenn ich von uns spreche ich spreche nicht nur von uns ärztinnen und ärzten sondern auch von unseren sozialmedizinischen assistenten das ist immer ein tandem das rausgeht das heißt eine sozialmedizinische assistenten mit einer ärztin oder einem arzt und so kommen die eltern mit zu dieser untersuchung und können am ende der untersuchung fragen an mich und meine kolleginnen stellen und diese hürde zuvor in bögen an zu kreuzen ja ich habe sorgen um die entwicklung meines kindes wird so ein bisschen genommen und wir merken es auch das hat der dr bühlein am anfang ja schon angesprochen wir haben großen beratungsbedarf in der elternschaft von über 80 prozent der eltern die der kinder die wir gesehen haben die fragen haben mannigfaltiger art und weise vielen dank frau fitzenmaier sie sind ja pädagogische fachberatung des trägervereins schneckenhaus das heißt sie sind ganz nah dran am geschehen in den kitas wie nehmen sie das war veränderungen positive wie negative was fällt ihnen auf ja also generelle chancengleichheiten ganz wichtiges thema in unserer pädagogischen wir merken schon dass viel verunsicherung auf elternseite da ist sie wollen alles richtig machen aber vor lauter ratgeber und was es nicht alles gibt ist der weg viel schwieriger zu gehen um zu sagen was ist jetzt der richtige weg sie werden wenden sich an die erzieher fragen brauchen unterstützung aber auch die familien die es einfach aufgrund von sprachbarrieren vielleicht schwerer haben zu erreichen ist wirklich viel schwieriger dafür bei vielen kindern da sind und uns ist viel daran gelegen die kinder abzuholen sie auf den auf einen guten weg zu bringen damit sie eben stark werden wir fragen uns natürlich woher kommt dieses phänomen dass wir das so wahrnehmen dass mehr bedarfe da sind viele kinder kommen aus familien die eben nicht viel oder nicht gut deutsch sprechen entschuldigen sie ich muss sie ganz kurz unterbrechen ich kriege eine regie anweisung sie sollen bitte das mikrofon nehmen sie werden scheinbar schlecht gehört dann frage ich mal kurz in die regie müssen wir das noch mal wiederholen oder kam das trotzdem an wiederholen wiederholen tut mir jetzt sehr leid wir müssen es noch mal kurz wiederholen dann frage ich stelle ich die frage am besten gleich auch noch mal ich weiß nicht ob die die frage ankam also noch mal sie sind ja pädagogische fachkraft des trägervereins schneckenhaus in bretten sie sind ganz nah dran am geschehen in den kitas sie bekommen das alles direkt mit herr heng hat über die veränderungen gesprochen wie nehmen sie veränderungen in den einrichtungen war chancengleichheit ist ein ganz wichtiges thema in unserer pädagogischen arbeit uns ist es sehr wichtig dass die kinder alle die gleichen chancen haben eine starke gesellschaft braucht starke kinder wir nehmen schon wahr dass es viele kinder gibt mit erhöhtem förderbedarf wir fragen uns auch warum ist das so woher wo ist die ursache wir haben immer mehr kinder die aus familien stammen wo wenig deutsch oder kein deutsch gesprochen wird diese sprachbarriere heißt es zu überwinden wir wollen die kinder dabei unterstützen und auch die familien unterstützen trotzdem einen guten weg in die gesellschaft zu finden um möglichkeiten zu haben den kindern dann wirklich auch eine gute zukunft zu eröffnen aber eben auch eine gute gegenwart ein gesundes aufwachsen wir nehmen auch wahr dass viele familien aus finanzieller not her in einen teufelskreis kommen das heißt die exklusion entsteht aus der finanziellen finanziellen not heraus aber die not kommt auch durch die exklusion also wir wollen da ansetzen um familien die vielleicht nicht die finanziellen mittel haben trotzdem Wege zu eröffnen dass die kinder direkt in der kita gefördert werden können dass es eben nicht dazu führt dass kinder ausgegrenzt werden weil sie nicht an dem sport unterricht teilnehmen können oder in der ballettrunde oder in der musikschule sondern dass sie in der kita direkt vor ort Freundschaften und auch mit anderen familien feste verbindungen knüpfen können was leider auch unserer meinung nach entweder sich erhöht hat oder es wird nur mehr wahrgenommen sind elternteile mit psychischen erkrankungen was natürlich das leben in der familie erschwert diese kinder wachsen in unsicheren alltägen in einem unsicheren alltag auf die kinder kriegen gar nicht so dieses positive lebensgefühl vermittelt und haben einfach einen schwereren stand wir sehen uns als kita mit teilweise zehn stunden betreuung der kinder am tag wirklich sehr in der verantwortung und möchten einfach den kindern gemeinsam wege eröffnen also sie frau fitzenmaier sehen tatsächlich signifikante negative veränderungen also ich kann bestätigen dass viele eltern wirklich sehr sehr bemüht sind und auch offen sind und hilfe annehmen es gibt natürlich auch ängste die wir mithelfen abzubauen aber einfach auch vom strukturwandel der gesellschaft her sehen wir schon schwierigkeiten mehr als vielleicht vor 20 jahren okay dann werfen wir mal einen blick rüber zum jugendamt brauche nun und sie sind ja die abteilungsleiterin planung und prävention im jugendamt wie sieht es denn bei ihnen aus was nehmen sie da war gibt es mehr oder andere schwierigkeiten bei den bedürfnissen bzw bedarfen die das an die an das jugendamt herangetragen werden zunächst mal vielleicht vorausgeschickt wir sind ja als jugendamt des landkreises nicht selbst kita träger stehen aber den einrichtungen sowohl in kommunaler als auch freier trägerschaft als fachberatung zur verfügung und das was da bei uns ankommt sind natürlich häufig dass es keine plätze gibt und das ist ja schon mal ein ausschluss von teilhabe weil die kita ist ein wichtiger betreuungs- und bildungsort und wenn ich keinen platz bekomme dann ist es schon mal schwierig mit teilhabe und förderung in der kindertageseinrichtung deswegen unterstützen wir auch die landkreiskommunen im in der kita bedarfsplanung ist im weiteren ausbau aber natürlich auch in der qualitativen weiterentwicklung das eine thema eben wie gesagt ich krieg gar nicht ersten platz und da muss man auch sagen die von frau fitzmeyer angesprochenen familien die sprachliche barrieren haben oder sonst wie in schwierigen verhältnissen leben die haben es dann auch noch mal schwerer häufigen platz zu bekommen weil die fitten gut informierten eltern die sind dann da schon schneller dabei das ist so ein thema das andere ich meine das ist ja das woraus stark werden auch dann letztlich entwickelt wurde und entstanden ist war ja eben diese schon öfter benannte bedarfsanalyse und bestandsanalyse wo eben bestätigt wurde dass eben kinder mit herausforderndem verhalten in den kitas tatsächlich eine riesen herausforderung für die pädagogischen fachkräfte darstellen und da die einrichtungen zu stärken und die fachkräfte zu stärken und die familien zu unterstützen das ist ja genau der sind ja genau die ziele unserer neuen präventionsstrategie stark werden ich fand es gerade ganz spannend dass sie den punkt genannt haben wir kriegen ja gar keinen kita platz dass das tatsächlich schon ein ganz großer wichtiger punkt ist da darf ich ganz kurz einen persönlichen einblick von mir geben ich habe selbst einen kleinen sohn in der kita und wir hatten riesenglück und sind heilfroh dass wir eine tolle kita haben aber ich erlebt es auch ganz viele eltern die fast schon verzweifelt sind weil sie nicht wissen wie geht es weiter kriegen wir einen kita platz ja toll dass sie erwähnt haben ich bleibe dann gleich mal bei ihnen mit meiner nächsten frage und zwar was wurde denn bisher seitens des jugendamts unternommen um ja diesen veränderungen in den bedarfen entgegenzuwirken es gibt ja schon langjährige vielfältige präventive angebote die sich sowohl an kitas als auch an die familien und die kinder richten wurde ja vorhin auch schon erwähnt dass die frühen hilfen die ja schon seit mitte der nuller jahre bestehen eben die familien im blick haben also eher die einzelfallhilfe dadurch dass aber spätestens ab dem dritten lebensjahr sofern plätze verfügbar sind aber fast die gesamte alters kohorte der drei bis sechs bis sieben jährigen sich in den kitas aufhält ist es dort eben ein guter anknüpfungspunkt um sowohl mit den die fachkräfte zu unterstützen mit vielfältigen angeboten als auch eben die kinder und familien das sind eben wie gesagt einmal die angebote der frühen hilfen niederschwellig auch vor ort in den sozialräumen in den quartieren mit eltern kind gruppen mit vortrags angeboten mit auch familien besuchen dann haben wir natürlich die psychologischen beratungsstellen die teils auch sprechstunden vor ort in den kitas anbieten aber auch fachvorträge wir haben jetzt eben stark werden weil da eben noch so eine lücke war genau und es gibt vielfältige angebote aber wenn ich noch mal auf die metapher von der frau freund vorhin zurückkomme mit den puzzelteilen dann ist es häufig eben so dass die puzzelteile vielleicht verstreut irgendwo liegen aber nicht diese und diese lotsenfunktion die ja jetzt die regionalen zentralen präventions beauftragten haben deren lotsenfunktion ist es eben diese unterschiedlichen puzzelteile so zu ordnen dass sie schön ineinander greifen und dass die angebote auch bekannt sind weil ich kann viele angebote machen nur wenn sie nicht bekannt sind werden sie eben auch nicht in dem ausmaß genutzt wie sie vielleicht notwendig wären und eben entsprechend die familien fachkräfte und einrichtungen auch stärken und unterstützen können in ihrer arbeit ich glaube da können wir unterm strich sagen das ist eine stärke von stark werden werden eben diese vielen kleinen puzzelteilchen diese tollen angebote zu bündeln und auch gut zu kommunizieren und einfach übersichtlich und präsent greifbar zu machen ja genau frau fitzenmeier ich komme noch mal zu ihnen zum trägerverein schnecken schnecken haus gehören acht kindertageseinrichtungen acht stück würden sie uns verraten welche ansätze sie sich dort bewährt haben um diesen ganz eben schon ein bisschen angeteasert aber welche ansätze haben sich dort konkret bewährt um diesen veränderungen entgegenzuwirken ja genau also wir sind derzeit sogar von neun einrichtungen bald zehn uns ist ganz wichtig dass wir von trägerseite vor allem wissen was vor ort los ist dass wir wissen was sind wirklich die probleme wo haben unsere pädagogischen fachkräfte möglichkeiten wo können wir unterstützen was brauchen die fachkräfte um wirklich gute arbeit zu leisten natürlich können die nur so gute arbeit leisten wie die rahmenbedingungen sind da auch noch mal mein appell natürlich wünschen wir uns einen erhöhten betreuungsschlüssel insbesondere auch in unseren waldkindergärten pädagogische arbeit ist wichtig und da müssen wir auch ansetzen unsere erfahrungen sind dass niederschwellige angebote einfach von allen angenommen werden können wir möchten keine künstlich initiierten bildungsprozesse sondern wir wollen den alltag der kinder so gestalten dass jedes kind die möglichkeit hat seine interessen auszuleben jedes kind ist intrinsisch motiviert und bringt so viel mit und hat seine eigenen fragen und unsere aufgabe ist diese fragen zu erkennen aufzugreifen und das kind auch zu befähigen sich seine fragen selbst zu beantworten das heißt wir wollen die kinder zu fähigen mitgliedern der gesellschaft machen die sich selbst auf den weg machen können die ihre eigenen ihre eigene motivation nutzen und jedes kind bringt ganz wertvolle sachen mit also wir wollen den kindern vermitteln sie sind ein wichtiger teil der gesellschaft und auch die ganzen familien und die eltern also unsere angebote die wir machen wollen sollen auch ehrliche einladungen an alle sein nicht an einzelnen rausgepickte die stigmatisiert sind sondern wirklich für alle und jeder der sich an diesem thema interessiert soll teilhaben haben können ja wir wollen den alltag so gestalten dass er wertvoll für alle ist egal mit welcher voraussetzung diese person kommt wir holen jeden da ab wo er steht und ich glaube dass das ein ganz wichtiger ansatz ist auch von stark werden eben dieses man muss nicht extra woanders hin sondern es sind ja alle in der kita da und der alltag von vielen familien ist eh schon stressig genug wenn die noch einen extra termin wahrnehmen müssen das ist oftmals nicht leistbar selbst wenn die eltern es wollten und auch für notwendig halten würden aber ja der kita alltag mit zehn stunden für ein kind bietet nicht viel raum für außenrum es sollte in der kita geschehen das heißt also ein wichtiger ansatz zu sagen die angebote an alle zu richten dass niemand sich stigmatisiert fühlen könnte wie er heng auch eingangs schon gesagt hatte das ist einmal eine ganz große hürde und zum anderen in der tageseinrichtung das angebot zu geben ich glaube das sind wir damit stark werden auf dem richtigen weg sehr schön frau steiger engel wie passt sich denn die ausbildung von fachkräften an die veränderungen an um diesen nachhaltig entgegen wirken zu können also ich spreche ja für die akademische ausbildung das muss ich sagen weil wir eine größere flexibilität tatsächlich haben wir sind nicht an der pläne gebunden wir haben curricula die akkreditiert werden und die ohnehin in allen studiengängen auch alle jahre wieder überprüft werden und im rahmen dieser re akkreditierungen wird ohnehin immer geschaut passt das was hier gelehrt wird noch zu dem feld in das die studierenden einmünden für die kindheitspädagogik sehe ich dann ganz entscheidenden faktor darin dass die studiengänge ja junge studiengänge sind ja verhältnismäßig jung also die ersten sind 2004 ins leben gerufen worden in dieser form und es hat sich die disziplin der kindheitspädagogik in einem ganz schön beachtlichen tempo entwickelt und ich sehe schon auch ich bin jetzt seit 2013 an der pädagogischen hochschule und schon etwas länger im feld auch unterwegs und die profession konnte mit der disziplinentwicklung kaum schritt halten was natürlich auch daran liegt dass wir parallel zu dieser zu diesem akademischen ausbau und aufbau auch gesehen haben dass die insbesondere die kindertageseinrichtung aber auch viele andere bereiche im feld der kindheitspädagogik mit einer unglaublichen vielfalt an themen konfrontiert werden und wurden die sich potenzieren ja und das macht das für die studiengänge anspruchsvoll aber ich finde auch sehr sehr spannend immer wieder zu gucken wie können wir hier noch genauer darauf schauen ich mache es mal ganz konkret an der pädagogischen hochschule in karlsruhe hatten wir das currikulum jetzt vor zwei jahren noch mal angepasst weil wir gesehen haben die studierenden münden in unterschiedliche arbeitsfelder ein wir haben die kita als zentrales arbeitsfeld das liegt natürlich auch mit am fachkräftemangel es liegt aber auch einfach daran dass das altersspektrum 0 bis 12 natürlich von 0 bis 6 schon mal sehr großen teil da abbildet und was wir dann aber auch sehen ist dass eben die angrenzenden bereiche die aber trotzdem alle auch zur qualität in der kita beitragen das ist mir ganz wichtiger hinweis an der stelle spricht die frühen hilfen auch die hilfen zur erziehung auch unterschiedliche koordinativen koordinierende funktionen bei kommunen bei öffentlichen einrichtungen dass die studierenden dort auch einmünden und dass wir diese studiengänge die ursprünglich mal auch politisch motiviert sehr stark aus dem fokus auf die frühe bildung heraus entstanden sind schon auch durch eine sozialpädagogische perspektive noch mal stärker ergänzen mussten das haben wir getan und wir sehen das auch mit stolz dass karlsruhe da wirklich auch vorreiter war in vielen bereichen und dass das die absolventinnen und absolventen geben uns recht weil wir eben sehen sie sind breiter aufgestellt und sie arbeiten eben in unterschiedlichen feldern und können aber dadurch dass sie zum beispiel auch in der kita mit diesem breiteren unterbau einmünden eben gute brückenbauerinnen auch sein also mir hat es auch hier gefallen als ich den untertitel gesehen habe weil das auch immer das ist was wir als anspruch formulieren jetzt muss ich mal ganz blöd fragen wie wie kann ich mir das vorstellen sie sagen regelmäßig wird das curriculum angepasst woran machen sie fest dass es angepasst werden muss also gehen sie direkt mit den kitas in kontakt um mit um erfahrung zu sammeln oder wie läuft das ab es gibt mehrere wege der weg den ich persönlich auch gegangen bin denn ich bin ja nicht nur koordinatorin des studiengangs und ich leite seit 2013 die praxis stelle pädagogik der kindheit das heißt alle fragen die mit der theorie praxisverzahnung zu tun haben wenn die studierenden in die praktika entsendet werden sie müssen ja pflichtpraktika absolvieren für die staatliche anerkennung die landen bei mir und ich bin keine karlsruherin ich bin schwäbin und ich musste mich hier in karlsruhe erstmal zurechtfinden und ich habe das damals so gemacht dass ich einfach von einrichtung zu einrichtung gezogen bin und inzwischen sind das mehrere hundert ich kann das nicht mehr sagen die ich in den letzten acht jahren besucht habe und das hat meine meine persönliche haltung ganz stark geprägt aber es gibt eben auch diese das was sozusagen aus der empirie des beruflichen alltags da entsteht ja ausgesprächen mit praxis mentorinnen mit praxis mentoren aus gesprächen mit fachkräften die zu uns an die hochschule kommen weil sie weiterbildung besuchen aus gesprächen mit erzieherinnen die bei uns studieren weil sie noch weiter machen möchten da da setzt sich so ein mosaik zusammen aus themen und das ist das eine was wir aufgreifen das ist sozusagen der erfahrungsgeleitete teil dann ist es aber auch so dass wir absolventen studien durchführen zuletzt 2018 baden-württemberg weit wo wir eben auch mit anderen hochschulen gemeinsam untersucht haben wo landen unsere absolventinnen und absolventen und daraus auch noch mal schlüsse gezogen haben was bedeutet das für die weiterentwicklung des studiengangs und das ist sind so die beiden hauptlinien einmal sozusagen das empirisch ganz nüchtern wissenschaftlich anzugucken und das andere sind wirklich ist der kontakt mit der praxis und das ist auch mein plädoyer an der stelle ohne das geht es in pädagogischen studiengängen nicht unter gar keinen umständen okay vielen dank für die ausführung herr henk korrigieren sie mich falls ich das jetzt falsch darstelle aber ist es richtig dass noch bis vor wenigen jahren bei den dass es bei den einstuhlungsuntersuchungen eine vorauswahl gab wer denn jetzt untersucht wird ist das richtig das ist richtig soweit und das hat sich jetzt verändert das hat sich jetzt vielleicht noch mal zum verständnis wie als gesundheitsamt karlsruhe sind sowohl für den landkreis als auch für die staat karlsruhe zuständig das heißt es sind pro jahrgang in im schritt 1 schritt 1 bedeutet es sind die kinder zwei jahre vor einschulung sind es zwischen sechs und sechseinhalb tausend kinder dazu kommen dann immer noch ein teil im schritt zwei das sind kinder die eben nach der schulanmeldung zum beispiel auffallen wo eben noch nicht ganz klar wird zwischen kindergarten und schule wo kann dieses kind am besten beschult werden genau also insgesamt müsste man sagen wahrscheinlich so was um die sieben sieben halb tausend kinder pro jahr die wir untersuchen hätten müssen und jetzt auch wieder müssen da sind wir jetzt so weit gegangen auch durch personelle verstärkung dass wir gesagt haben unser gedanke präventiv sozialraum orientiert kann so nur funktionieren wenn wir alle kinder sehen da sonst kinder einfach ja durchs raster rutschen aus verschiedensten gründen auch nicht alle kinder sind natürlich in einer einrichtung das hat man vorhin schon das thema sondern es gibt auch kinder die keiner einrichtung zugeordnet sind auch die werden angeschrieben und untersucht genau wie schon gesagt für uns die idee präventiv bevölkerungstechnisch eine ganze jahrgang zu sehen jedes kind aus mehreren gründen unter anderem eben auch zu sagen es rutscht uns niemand durch ganz platt gesagt aber eben auch ich habe es vorhin angesprochen der beratungsbedarf ist nicht nur bei eltern und auch in den einrichtungen bei kindern mit auffälligkeiten in der entwicklung sondern es gibt auch beratungsbedarf auch zu anderen themen für eltern mit kindern die eine alles gerechte entwicklung haben und genau die chance wollen wir den eltern geben ich habe es vorhin gesagt dieses niederschwellige eben dann doch in der situation eine frage stellen zu können und nicht in der vorauswahl sagen zu müssen ja ich mache mir sorgen das heißt unterm strich sehen sie das als positiv an eine generelle untersuchung zu machen definitiv also mal davon abgesehen dass es auch im im schulgesetz und im gesetz des öffentlichen gesundheitsdienstes so verankert ist dass der schritt einzelne pflicht untersuchung ist ist es für uns einfach wichtig zu sagen der präventive ansatz wir möchten primäre prävention betreiben wir möchten vielleicht auch da schon leiten können als als ärztinnen und ärzte zu den kollegen zu anderen stellen frühförderung etc auch für kinder die noch nicht angedockt sind genau für die niederschwellig für alle kinder nicht nur für die bei denen schon auffälligkeiten in der entwicklung bekannt sind okay vielen dank noch mal ganz kurz an der stelle hinweis an unsere zuschauer und zuschauerinnen wenn sie fragen haben an unsere vier experten und expertinnen schreiben sie die bitte in menti rein wir werden die am ende werden wir die fragen stellen oder wenn sie kommentare oder anregungen haben diese auch gerne vielen dank frau knunen ich richte mich noch mal an sie das präventionsprogramm von stark werden sieht ja explizit keine einzelfallhilfen wie hausbesuche oder einzelne eltern beratung vor sondern das programm richtet sich an die kita an sich an die fachkräfte warum hat das landratsamt karlsruhe sich genau dafür entschieden wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte sind nun mal eben ab spätestens ab dem dritten lebensjahr auch fast alle kinder in der kita bis auf weniger ausnahmen und damit haben wir natürlich eine sehr große erreichbarkeit was die kinder betrifft und die wie ich vorhin auch schon gesagt habe die kitas haben sich einfach inzwischen zu eben wichtigen betreuungs- und bildungsorten entwickelten auch im hinblick auf die bessere vereinbarkeit von beruf und familie die kindertageseinrichtung ist ein wahnsinnig dynamisches feld in den letzten zehn 15 jahren wurde ja nicht nur massiv der quantitative ausbau betrieben sondern auch die angebote wurden bedarfsgerechter gestaltet mehr ganz tags plätze qualitative weiterentwicklung und dennoch dennoch zeigen mehrere studien dass sich deutsche kindertageseinrichtungen eher im mittelmaß was qualität betrifft bewegen wie die zum beispiel eine ganz große studie die nuberg studie gezeigt hat und das heißt aber nicht dass die fachkräfte nicht in der lage wären oder sich nicht bemühen würden sondern es findet ganz viel entwicklung statt aber da sehen wir einfach noch einen großen auch unterstützungs- und beratungsbedarf um die kitas noch besser zu machen vor ort dann haben wir natürlich auch das riesenthema fachkräftemangel das sich natürlich auch entsprechend auswirkt und da eben dann zu gucken wie kann man eben weitere angebote zugänglich machen sowohl im bereich gesundheitsförderung als auch eben kinder jugend und familienhilfe deswegen möchten wir da ansetzen und eben auch vor ort sein dort wo die familien sich aufhalten wo die fachkräfte sich aufhalten und dort eben unsere unterstützungsleistungen vorhalten sie hatten eben ja auch mal erwähnt auch der zeitliche faktor ist wichtig dass die eltern neben den ganzen ihrem alltag und ihren beruf auch wenig zeit dazu haben im anschluss an die kita noch mal irgendwo hinzugehen und beratung aufzusuchen ja frau steiger engel in der pädagogik der kindheit gibt es eine wachsende akademisierung wie sie es eben auch schon mal erwähnt haben und damit soll eben auch der kita bereich gestärkt werden ist es dann tatsächlich auch so dass dementsprechend deutlich mehr studien absolventen der kindheitspädagogik dann auch wirklich in kitas arbeiten und dort auch bleiben also die herausforderung ist dass zuerst beantwortet die frage für baden württemberg die letzte frage ob sie dort landen und ob sie dort bleiben also ganz konkretes mit zahlen zu benennen in der absolventen studie des hochschul netzwerks bildung und erziehung in der kindheit wo eben alle baden württembergischen hochschulen mit kindheitspädagogischen studiengängen sich beteiligt haben haben wir gesehen dass die erste berufstätigkeit nach dem bachelor abschluss für 82 prozent in der kindertageseinrichtung lag wir haben dann aber auch gesehen das war natürlich dann eine kleinere kohorte weil viele noch nicht so lang fertig waren für die zweite berufstätigkeit nach dem bachelor abschluss sind es dann eben nur noch 62 prozent in der kindertageseinrichtung und das zeigt schon dass da einfach eine veränderung stattfindet das würde ich jetzt aber per se noch nicht mehr problematisieren wollen weil das ist ganz normal wenn man ein studium wählt dann studiert man nicht auf eine bestimmte institution hin um dort zu arbeiten vom lehramt mal abgesehen sondern man studiert schon einen bestimmten bereich und es gibt vielfältige möglichkeiten da einzumünden was ich aber auch sehe und das ist nach wie vor auch immer noch ein berufspolitisches thema in der kindheitspädagogik dass die systemischen veränderungen nicht schritt halten konnten mit diesem starken zug den die akademisierung entwickelt hat also es gab einen politischen willen zu akademisieren die studiengänge sind ausgebaut worden gleichzeitig hatten wir aber auch einen massiven ausbau an betreuungsplätzen in den kindertageseinrichtungen weshalb wir nach wie vor bei einer relativ geringen quote von akademiker innen in den einrichtungen sprechen also das fachkräftebarometer 2 19 hat 4,6 prozent wenn ich das richtig jetzt im kopf habe angegeben akademiker innenquote in kindertageseinrichtungen in ganz deutschland baden-württemberg ist da ein bisschen besser da sind wir auch sehr stolz drauf aber es ist ja absolut logisch nachvollziehbar wenn wir einen so hohen aufwuchs hatten von 70 prozent an plätzen und ausbau in der kindertagesbetreuung und gleichzeitig einen ja dann verhältnismäßig kleinen aufwuchs an akademiker in dass er eben die quote an sich das nicht verändert und das vielleicht auch noch ergänzend dazu wir es geht ja nicht darum dass die fachkräfte ersetzt werden sollen ja in den kindertageseinrichtungen denn wir haben ja mit der erzieher in ausbildung eine hochqualifizierte langjährige ausbildung und mit der zusammensetzung der multiprofessionellen teams wie wir sie heute haben kommt ja da noch mal eine ganz andere expertise auch zusammen dies meiner meinung nach auch braucht und da sind kindheitspädagoginnen kindheitspädagogen ein bestandteil davon das sind sie auch heute schon aber sie werden zum beispiel tarif politisch noch gar nicht so gesehen ja also es gibt keine funktionsmerkmale für diese tätigkeiten und es betrifft im übrigen nicht nur die studierenden unserer studiengänge sondern es betrifft finde ich fachkräfte in kindertageseinrichtungen ganz allgemein dass die logiken in den kindertageseinrichtungen die dem systemisch zugrunde liegen einfach teilweise 20 jahre zurück hinken ja mit dieser entwicklung und das ist gar nicht so sehr als vorwurf zu verstehen sondern vielmehr als aufforderung genau auch an solche projekte und programme dieser vielfalt an aufgaben und diesem hohen anspruch der arbeit in kindertageseinrichtungen endlich den respekt zu zollen den es braucht und zwar nicht nur ja in der form sondern eben auch indem es systematisch verankert wird und das fehlt noch frau kinunnen liegt gerade ganz heftig mit dem kopf möchten sie was dazu sagen ja ich denke die vielfältigen bedarfslagen in den kindertageseinrichtungen machen tatsächlich multiprofessionelle teams erforderlich und deutschland beispielsweise im vergleich zu skandinavien hat ja ein deutlich geringeren akademisierungsanteil in den kindertageseinrichtungen was das fach personal betrifft und ich denke diese eine gute mischung auch meinetwegen logopäden oder ergotherapeuten oder eben sprachförderkräfte nehmen die im bundesprogramm im rahmen des bundesprogramms sprach kitas tätig sind davon kann eine einrichtung nur profitieren aber es ist tatsächlich noch nicht vorgenommen worden und da ist politipp und gewerkschaften werden da gefragt im bereich bezahlung auch entsprechende anpassungen vorzunehmen und das ist also natürlich ganz neue situationen dann mehr oder weniger neue situation für die auch die träger und die kindertageseinrichtungen das ist auch gegebenenfalls in bezahlungsgefälle in den oder eine unterschiedliche bezahl entlohnung der fachkräfte in den einrichtungen gibt und das ist vielleicht auch mit ein grund warum kindheitspädagogen nicht so lange in dem bereich verweilen ja sie sagen es gerade stichwort bezahlung frau steiger engel sie haben eben gesagt korrigieren sie mich wenn ich jetzt falsch bin 80 also irgendwie erster schritt 80 prozent zweiter schritt nur noch 60 prozent die dann in den kitas bleiben nach der akademischen ausbildung und sie sagen sie würden das jetzt nicht problematisieren weil grundsätzlich studiert man nicht auf eine institution hin sondern auf den inhalt hin sage ich mal jetzt sagt vk nun stichwort bezahlung könnte das aber auch ein grund sein dass die sich in den kitas bewerben gehen dahin stellen festen ist ja ganz schön ist ja ich sag's jetzt mal ganz salopp ist ja ganz schön viel arbeit hier ist ja ganz schön anstrengend macht spaß aber die bezahlung ist total schlecht da suche ich mir lieber was anderes ja also die zahlen die ich genannt habe die beziehen sich wirklich nur auf baden württemberg und auf diese studie 2018 2019 das muss man natürlich auch regelmäßig erheben und es wäre auch wünschenswert das mal für den bund tatsächlich anzugucken aber natürlich hängt das mit der bezahlung zusammen also das ist nicht von der hand zu weisen denn wir sehen ja auch dass eben die fluktuation in den arbeitsfeldern in denen eben in es elf also wenn man jetzt mal in der tariflogik spricht eben der bereich soziale arbeit eingruppiert wird dass das dort weniger wird ja dass obwohl es genauso anspruchsvolle handlungsfelder sind und die frage stellt sich ja schon je nachdem wie die strukturen auch in den kitas aufgebaut sind also kloß hat dazu zum beispiel letztes jahr eine ganz spannende untersuchung veröffentlicht von der universität hildesheim wo er eben gerade zu dieser professionsentwicklung parallel zur disziplinentwicklung geforscht hat und dann auch gezeigt hat dass es natürlich die einrichtungen gibt die sehr gut auf diese akademisierung reagiert haben und die auch in ihren einrichtungsstrukturen funktionsstellen zum beispiel geschaffen haben also zu sagen es geht ja nicht nur darum dass die kindheitspädagogen per se sagen ich möchte nicht in den gruppendienst es stimmt gar nicht ja sondern die sind da sehr sehr gern aber sie wollen vielleicht auch eine perspektive haben wie könnte ich mich hier in den nächsten jahren weiterentwickeln und das ist in eher traditionell strukturieren kindertageseinrichtungen tatsächlich die fehlt dort ein stückweit die perspektive das ist ein punkt und das hat diese studie eben auch gezeigt es braucht personalentwicklungsaussichten in kindertageseinrichtungen nicht nur für die akademiker innen im übrigen und es braucht auch eine gewisse wertschätzung finanzielle art zum einen aber auch inhaltliche art dessen was durch die studierenden oder absolventinnen absolventen in nikitas eingebracht wird also häufig sind eben wenn es jetzt nicht gerade nikita ist die im bundesprogramm sprachkita unterwegs ist oder die wo es ein toller innovativer träger ist der sagt da legen wir wert drauf dass wir jetzt hier uns dem thema sozio emotionale entwicklung besonders widmen et cetera wenn das fehlt dann fehlt dann natürlich auch der ansporn zu sagen das was ich jetzt im studium gelernt habe kann ich hier auch zum einsatz bringen und dann ja fehlt natürlich auch die motivation irgendwann und dann steht der wechsel an und das muss man ja sagen die möglichkeiten sind natürlich im moment gerade aufgrund des fachkräftemangels sehr sehr gut dann auch zu sagen hier werde ich nicht so gesehen wie ich eigentlich gesehen werden möchte oder kann hier kann ich nicht ganz so einbringen was ich kann dann suche ich mir einen ort an dem ich das kann also das hängt für mich zusammen Frau vitzmeier was sagen sie dazu ja also in erster linie würde ich sagen wertschätzung war genau das der richtige punkt es geht um die finanzielle wertschätzung aber vor allem auch um die wertschätzung in der gesellschaft jetzt gerade mal auf corona zurückzukommen wenn ich jetzt anschaue wenn es irgendwelche neue beschlüsse gab waren schulen immer erwähnt die kita entweder gar nicht oder irgendwann sehr spät auch das macht was mit uns erzieherinnen die wertschätzung in der gesellschaft nimmt zu also nehmen wir schon so war wir finden bei uns in den einrichtungen sehr wichtig dass jeder sich mit seinem können einbringt das kein gegeneinander ist sondern ein voneinander profitieren auch die einrichtungen untereinander sind gut vernetzt und profitieren voneinander und bringen sich gegenseitig weiter wir denken aber auch dass das multiprofessionelle teams viel mehr gefördert werden müssten da würden die kinder unheimlich von profitieren können darf ich kurz einhaken multiprofessionelle teams was bedeutet das also die wahrheit ist dass die meisten teams rein aus erzieherinnen bestehen ja und bei jeder frage die über die erzieherausbildung rausgeht müssen wir uns wieder an irgendeine beratungsstelle wenden habe ich aber die logopädin vor ort dann kann ich die mir kurz schnappen und sagen wie sieht es denn aus was sagst du muss man schon was machen oder wie können wir irgendwie auch im alltag fördern und so weiter es gibt so viele spezialisten die aber gar nicht in den kitas tätig sind die aber täglich gebraucht werden würden und da sind wir natürlich wieder auch beim thema bezahlung ganz klar welche gemeinde möchte das bezahlen wir haben unseren fachkräfte katalog den wir dürften nehmen 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 aber natürlich ist es auch für eine gemeinde günstiger wenn das ungelernte leute sind die wir auch nehmen dürfen wir wollen das nicht wir legen ganz viel wert auf ausbildung wir legen wir haben ganz viele azubis auch in unseren einrichtungen weil es uns wichtig ist um gute arbeit zu leisten brauchen wir auch gut geschultes personal wir legen viel wert auf fort und weiterbildung ermöglichen auch unseren pädagogischen mitarbeiterinnen sich weiter zu bilden und fortzubilden aber es ist tatsächlich so dass ich bei uns mehr kinderpfleger zum beispiel bewerben als es jetzt ja eine pädagogische fachkraft die studiert hat tut eben weil unser ja unsere wertschätzung in der gesellschaft nicht so hoch ist schade dass wir jetzt gerade niemanden aus der politik hier sitzen haben da hätte ich da gleich mal ein paar fragen parat ich glaube sie alle auch das heißt jetzt mal ganz blöd gefragt aber woran liegt es dass die wertschätzung in der gesellschaft irgendwie nicht so vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist naja erziehen kann ja jeder ja ich glaube da fängt schon mal an erziehen kann jeder jeder weiß es besser im alltag stellt sich dann vielleicht raus dass das was erzieher oder die kita leistet doch eben nicht jeder kann und das ist schon grund hat warum man dafür lernt und warum es auch sinn macht dass es verschiedene bereiche gibt wo man sich darauf spezialisieren sollte aber ich glaube dass es wirklich daraus kommt dass auch die geschichte der kita von früher ging es um aufbewahrung ja die kinder mussten versorgt sein und jetzt geht es ganz viel um bildung und das ist ein wandel der einfach glaube ich in der gesellschaft noch nicht so weit ist wie er im alltag eigentlich gelebt wird in der kita wenn sie jetzt einen wunsch an die kommunalpolitik stellen dürften welcher wäre das denn also der einfachste wunsch für uns und für unser personal wäre ein höherer betreuungsschlüssel ganz ganz vorne denn wenn auch nur eine kollegin krank ist und es dann bedeutet dass andere gar keine vor- und nachbereitungszeit mehr haben sondern nur noch am kind arbeiten können wie sollen die sich dann pädagogisch vorbereiten wie sollen die eltern beraten wie sollen die sich über kinder unterhalten und gucken okay wo fehlt das können wir tun dann kommt es wieder nur zu einer aufbewahrung und das wäre sehr sehr schade ja wir haben das glück dass wir wirklich viele initiativ bewerbung haben unser träger scheint einen sehr guten ruf zu haben so dass wir wirklich immer bewerbung haben trotzdem können wir ja nur nach dem betreuungsschlüssel einstellen der vorgegeben ist und der ist viel zu niedrig okay viel zu niedriger betreuungsschlüssel sagen sie ich schiele mal rüber zu frau kununen was sagen sie da kann ich nur beipflichten das ist so wobei wir in baden-württemberg noch vergleichsweise gut dastehen im vergleich zu anderen bundesländern wenn man jetzt gerade in die ostdeutschen bundesländer schaut sieht es noch mal ganz anders aus aber wie sie ja auch gesagt haben frau pitzenmayer der personalschlüssel den der unser landesjugendamt vorgibt für auch für die betriebserlaubnis schlussendlich ist das eine was dann in der realität stattfindet eben ausfall durch krankheit durch schwangerschaft was auch immer nicht besetzte stellen da wird noch mal da schaut es noch mal anders aus insofern sich da auch einen riesen handlungsbedarf aber man muss auch sagen der markt ist einfach leergefegt und es ist einfach auch ja und und die erzieherinnen und andere pädagogische fachkräfte haben einfach auch sage ich mal die freie wahl wenn es mir bei dem einträger in der einrichtung nicht gefällt dann gehe ich halt zum anderen weil sie den job kriegen sie jederzeit so und wie sie auch angesprochen haben manche träger haben tatsächlich auch ein gutes image und sind attraktiver offensichtlich für fachkräfte andere weniger und letztlich sind aber die fachkräfte selbst in den kitas vor ort dann die gebeutelten wenn sie einfach zu dünn besetzt sind aber natürlich auch die förderung der kinder muss man ganz ehrlich sagen kann natürlich mit weniger personal in einem kleineren umfang umgesetzt werden als wenn ich tatsächlich da komfortabel ausgestattet bin frau nun welche ideen seitens des jugendamts gibt es denn um die fachkräfte zu unterstützen auch wenn es einen scheinbar zu niedrigen betreuungsschlüssel gibt ja das sind ja auch angebot jetzt von stark werden die sich genau dahingehend richten auch vor allem auch mit die resilienz die eigene widerstandsfähigkeit und den umgang mit frustration konflikten alltäglichen widrigkeiten die im kitalltag durchaus mal vorkommen können damit besser umgehen zu können auch und das ist ja eben der gegenstand unserer präventionsstrategie aber auch diese verknüpfung die ich sehr als sehr hilfreich empfindet ist dass wir ja da mit dem gesundheitsamt zusammen unterwegs sind also nicht nur angebot jetzt der familien und jugendhilfe stärker in die in den einrichtungen zu verahnen kann und die aus der pädagogischen sicht zu zu unterstützen sondern eben auch im hinblick auf gesundheitsförderung das zeigen ja auch studien dass die das ist um die gesundheit der pädagogischen fachkräfte in den kitas nicht allzu gut bestellt ist was ich ein sehr besorgniserregendes werden sehr besorgniserregenden befund halte und insofern da sowohl eben mit mit angeboten die wir als jugendamt eben vorhalten in kooperation mit den freien trägern und mit zu allem auch den gesundheitsträgern und den angeboten die aus der gesundheitsförderung kommen da gemeinsam ja gute ergebnisse zu erreichen das ist eine ganz klar das war unser ziel herr henk was sagen sie dazu ja ich kann mich da nur wiederholen das hatten wir haben es alle glaube ich auch heute mehrmals schon angesprochen es ist einfach diese diese niederschuldigkeit die hilfe muss in die einrichtung und die muss zu den kindern kommen die muss zu den erzieher innen kommen resilienz wurde gerade genannt auch das ganz ganz großes thema nicht nur der erzieher innen sondern auch der kinder wir müssen auch die kinder in der resilienz stärken sagen können wie gehe ich mit herausfordernden situationen um als kind natürlich altersgerecht selbstverständlich und eben niederschwellig für alle kinder vor ort für alle kinder nicht nur für die kinder die uns bereits schon auffallen dass wir brauchen und wir müssen auch an die kinder an dass die entwicklung nicht auffällig wird oder nicht ja exerzabiert also dass es nicht explodiert so haben sie es vorhin gesagt dass die dass die verhaltensauffälligkeiten erst gar nicht dieses maß annehmen dass die sprach auffälligkeiten gar nicht so weit gehen dass es schon zu sozial ist so zu emotionalen auffälligkeiten kommt eben vor ort resilienz stärken an alle kinder das ist und auch natürlich erzieher ihnen klar ich würde gerne noch was dazu sagen ich sehe auch wirklich die kita träger in der verantwortung also es ist die aufgabe der kita träger zu schauen dass es ihren mitarbeiterinnen gut geht wenn wenn ich mitarbeiter bindung betreibe dann ist die fluktuation in den kitas viel geringer und auch nur dann kann sich die qualität halten und auch noch weiter verbessern in den kitas und auch das kommt dann eben wieder den kindern zugute und ich kann nur sagen so programme wie jetzt stark werden da müssen die träger auch einfach rangehen ja die erzieherinnen haben vielleicht gar nicht die möglichkeit sich auch noch in die richtung umzuschauen was gibt es denn und als kita träger hat man die verantwortung zu schauen wie kann ich die kita vor ort unterstützen wo kann ich unterstützung holen und ich finde es ganz toll wenn so ein programm dann in die kitas kommt und die pädagogischen fachkräfte unterstützt und hilft und es kommt einfach den kindern und somit auch der ganzen gesellschaft zugute schön dass ich noch mal herausstellen nicht nur der appell an die kitas nutzt das programm stark werden sondern auch die kita träger schön dass sie das noch mal gesagt haben und an der stelle noch mal an unsere zuschauer und zuschauerinnen vielleicht konnten sie schon einen blick auf die webseite werfen und sich die angebote anschauen wir haben es jetzt mehrfach gehört das stichwort niederschwelligkeit es ist sehr wichtig dass die angebote niederschwellig angenommen werden können schreiben sie uns doch gerne einfach in die kommentare wie sie wie sieht es wahrnehmen unser angebot auf unserer webseite da sind wir sehr gespannt drauf und wir kommen leider so langsam zum ende unserer podiums diskussion jetzt bin ich auch mal noch gespannt welche zuschauer fragen ist inzwischen gab und da wird mir ein tablet gereicht vielen dank frau ritter schauen wir da mal rein also eine frage an den dominik henk henk welche herausforderungen begegnen ihnen in der zusammenarbeit mit eltern und wo sehen sie dabei den unterstützungsbedarf bei fachkräften sehr gute frage also wenn ich jetzt erst mal auf die erste frage eingehen darf mit welchen ja welche besonderheiten sieht man bei den eltern das reicht von teilweise ja über informationsüberfluss bis zu desinteresse wir haben tatsächlich die komplette bandbreite bei den eltern dabei von ich nehme jetzt mal meine situation in der einschulungsuntersuchung dass das ist es dauert vielleicht insgesamt 30 45 minuten da sitzen manche eltern neben dran mit dem handy in der hand und schauen was auch immer da sehen wir dass das interesse aber auch von der über von der übermaß an informationen dass es dann heißt ja und ich habe nachgelesen das kind hier ja hoch sensibilität ist ein ganz ganz großes thema über sensibilität im moment und da zu beruhigen aber auch interesse zu wecken vielleicht bei den eltern ist die herausforderung bei uns um jetzt den bogen zu schlagen zur zweiten frage wie wie können die fachkräfte da helfen ich habe es vorhin schon angesprochen wir arbeiten sozialraum orientiert das heißt wir versuchen was heißt wir versuchen wir geben den den einrichtungen immer die gleichen ansprechpartner an die hand das heißt sowohl die ärztin die in den sozialraum kommt als auch die sozialmedizinische assistenten sind ansprechpartner für die einrichtung ich spreche extra von einrichtung weil es nicht nur die kitas sondern auch die grundschulen sind in dem fall oder die spbz und wichtig ist der austausch wir haben als als ärztinnen und ärzte die situation dass wir die kinder eine 1 zu 1 situation mit eltern teil sehen das ist ein teil bild der entwicklung des kindes auch da müssen wir oder gehen wir in den austausch mit den einrichtungen fragen wie sind sie in der einrichtung und dann auch miteinander zu schauen was können wir gutes für das kind aber auch für die eltern also für mich haben sie die frage beantwortet ich hoffe für unsere zuschauerinnen auch vielen dank dann haben wir hier noch eine frage an frau kinunen welche maßnahmen sind geplant um hürden wie bürokratie et cetera abzubauen damit eltern hilfsangebote mehr nutzen ja wie vorhin schon erwähnt das ist ja jetzt wird jetzt die aufgabe der regionalen präventionsbeauftragten seien in den raumschaften vor ort in den einrichtungen unterstützend als lotsen tätig zu sein beraten tätig zu sein und auf die vielfältigen angebote die es bereits gibt zum einen aufmerksam zu machen und zum anderen zu schauen was braucht es für weitere angebote und dort natürlich den bürokratischen aufwand so gering wie möglich zu halten um jetzt einmal in dieser podiumsdiskussion doch noch das wort corona zu erwähnen auch corona also vom bund gibt es ja auch verschiedene unterstützungsprogramme dieses zwei milliarden paket beispielsweise und da muss ich sagen ist sind die antrags stellungsmodalitäten deutlich niedrig niederschwelliger geworden weil einfach der bedarf so hoch ist und das bleibt natürlich abzuwarten aber auch zu wünschen dass diese dass die bürokratischen hürden geringer sind ich meine jugendamt ist auch ein teil der verwaltung der kreisverwaltung aber gerade die antragstellung läuft oft eben bei uns im jugendamt und die einrichtungen familien im landkreis profitieren letztlich davon und wir sind dann auch dafür in der verantwortung und unterstützen da auch entsprechend vielen dank dann gibt es hier noch eine frage an frau pfitzenmeier der übergang kindergarten grundschule ist für alle beteiligten wie fachkräfte in der kita lehrerinnen eltern und kinder eine spannende übergangsphase wie kann dabei eine gelingende zusammenarbeit zwischen allen beteiligten aussehen was ist dabei notwendig also ich denke ein ganz wichtiger punkt ist eben dieses im gespräch sein miteinander ich kann aber auch sagen dass es tatsächlich von gemeinde zu gemeinde große unterschiede gibt wir haben grundschulen wo die kooperationslehrer ein sehr hohes deputat haben vielen die kitas kommen die kinder auch wirklich im vorfeld kennen ich erlebe aber auch schulen wo ich sagen muss okay die kooperationslehrerin hat so viel kitas die kann die kinder nicht kennenlernen sie kann sich natürlich auf die aussagen der erzieher verlassen aber es wäre ja schöner wenn wirklich kontakt bestünde also wir wünschen uns natürlich dass die kooperationslehrer innen die möglichkeit haben sich wirklich intensiv mit den kindern im vorfeld schon auseinanderzusetzen von unserer seite her ist die schwierigkeit nicht so groß wir können mit den kindern in die schule gehen es ist wirklich glaube ich für die schulen in dem fall schwieriger die möglichkeiten zu stemmen weil ja auch gerade in den grundschulen viele lehrerinnen fehlen wir sind mit den eltern im gespräch wenn es optimal läuft dann finden auch schon eltern abende im vorfeld statt wo eben dann die schule vertreten ist die kita vertreten ist die eltern ihre sorgen und ängste auch wirklich aus aussprechen können bei elterngesprächen in der kita wird sowieso viel getan aber es ja es ist wirklich es gibt große unterschiede und es ist für die kinder natürlich um vielfaches leichter wenn sie schon ein paar mal in der schule waren die räumlichkeiten kennen vielleicht auch schon andere schüler dieser schule kennen und sich da schon willkommen fühlen und nicht am ersten tag in ein ganz fremdes umfeld reingeschickt werden der hengt nickt zustimmend mit dem kopf ja definitiv also ich kann nur zustimmen gerade die kooperation im letzten kindergarten jahr oder im vorschuljahr ist ja auch auch da ich hatte es vorhin schon kurz genannt die die kooperation unter den fachkräften ist natürlich deutlich fruchtbarer wenn die kooperationslehrerinnen und lehrer die kinder schon kennen es ist selbstverständlich gut dann kommen wir nun wirklich zum ende unseres talks ich wünsche mir von jedem von ihnen noch ein abschließendes statement und zwar ein letztes fazit was ist in ihren augen ein absolut notwendiger schritt um dem ziel der teilhabe und chancengleichheit aller kinder deutlich näher zu kommen noch mal ganz kurz in wenigen worten also ich denke das motto brücken bauen wenn man das aufgreifen möchte es ist immer einfacher über eine brücke die schon steht drüber zu laufen als eine brücke zu bauen wir sind bereit dies zu tun uns ist anstrengend und mühsam wahrscheinlich vielleicht auch ungewiss vielleicht weiß man nicht genau wie es richtig geht vielleicht geht auch mal was schief aber wir müssen es angehen einfach zum wohle der kinder zum wohle der gesellschaft und ich denke dass sich das lohnt und dass wenn wir alle bereit sind und alle gemeinsam von beiden seiten brücken bauen dann muss es ja gut werden und das wünsche ich mir dass man gemeinschaftlich eben dieses ziel erreicht und allen kindern die chance gibt auf ein gutes und gesundes und glückliches leben vielen dank das ist ein schönes fazit herr henk ihr fazit ja ich kann nur zustimmen wichtig wird einfach sein die hilfen beziehungsweise die angebote an alle kinder heranzutragen nicht nur an eine spezielle einen speziellen teil der kinder sondern die möglichkeit muss für alle kinder bestehen auch da präventiv resilienz stärken vorhin haben was gesagt die kinder die auffällig sind sehen auch wir in der gerade in diesem altersbereich sehen auch wir eine einschulungsuntersuchung noch mal auch da können wir noch mal schauen sind alle ja sind alle möglichkeiten ausgeschöpft einfach noch mal eine vorstellung zum beispiel bei niedergelassenen kollegen aber wir müssen ran bevor etwas passiert sondern wir müssen präventiv arbeiten resilienz stärken für alle kinder in am besten in den einrichtungen wir müssen ran bevor etwas passiert nicht ein gutes fazit frau steiger engel was sagen sie ihr schlusswort ich bleibe dabei dass das brücken bauen das zentrale element ist also und zwar sehe ich tatsächlich auch die brücken zwischen den beteiligten institutionen als ganz zentrales element und da sehe ich die ausbildungsinstitutionen in der verantwortung auch genau zu hören zum einen was braucht es und was können wir beitragen was können wir an praxis forschung beispielsweise auch leisten zusammen mit kindertageseinrichtungen und fachkräften und aber auch was können wir beitragen zum beispiel zu einer befreundung von berufskulturen also da nehme ich jetzt bewusst auch die lehrkräfte mit rein ja es geht ja auch bis sieben jahren hier und gerade wir haben viel über den übergang gesprochen und das thema wertschätzung fängt einfach hier schon an also wenn ich keine wertschätzung entwickle für unterschiedliche werdegänge für unterschiedliche berufsgruppen für unterschiedlichkeit an sich dann ist es schwierig dass ich das nachher nicht in meiner beruflichen praxis wieder reproduziere und das sollten wir mit allem vermeiden was geht und ich glaube es gibt da ganz viele ansatzpunkte schon dafür aber wir müssen das noch im system einfach ein bisschen stärker zum ausdruck bringen und da kann stark werden glaube ich ein ganz toller ansatzpunkt sein sehr schön vielen dank für ihr schluss fazit so frau kunen nun bleiben sie noch kununen ihr fazit ja ich kann mich tatsächlich meinen vorredner ihnen nur vollumfänglich anschließen und halte es eben für unabdingbar und wichtig tatsächlich früh anzusetzen die brücke zu bauen von der schwangeren beratung zu den angeboten der frühen hilfen zu stark werden und perspektivisch werden wir auch noch die präventionsstrategie bis für die bis zehnjährigen weiter ausbauen und ich freue mich jetzt auf jeden fall dass es losgeht dass die regionalen nach dieser auftaktveranstaltung tatsächlich auch vor ort dann gehen werden heute war der status sozusagen dafür und ich freue mich ja auf dieses projekt und auf diese präventionsstrategie und bin sehr gespannt wie sie angenommen wird im landkreis vielen dank dann gebe ich ihnen auch gerne noch mein fazit es war für mich eine super interessante spannende podiumsdiskussion vielen dank dass sie mit dabei waren dass sie hier mit uns diskutiert haben und auch zuschauer fragen beantwortet haben vielen dank ja und nun kommen wir leider auch tatsächlich zum ende unserer auftaktveranstaltung ich möchte abschließend einfach noch mal die aufforderungen an sie geben liebe zuschauer und zuschauerinnen die regionalen präventionsbeauftragten waren hier auf der bühne haben sich vorgestellt sie kennen jetzt die gesichter die namen kontaktieren sie sie und lassen sie sich beraten nehmen sie die angebote an hier sind alle hier brennen alle darauf dass es losgeht wie frau kununen auch schon gesagt hat ja und dann bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen ein riesengroßes dankeschön an alle beteiligten an der erstellung des programms stark werden an der erarbeitung dieser auftaktveranstaltung dank an alle hinter den kulissen die da tatkräftig unterwegs waren ich hoffe das war ein kreativer inspirierender input für sie diese auftaktveranstaltung und wir freuen uns alle von ihnen zu hören herzlichen dank fürs zuschauen und abschließend noch der hinweis der live stream ist anschließend auch auf youtube noch weiterhin zu sehen herzlichen dank und machen sie es gut die man die man das die Vielen Dank. Vielen Dank.